... 4 Kilogramm, 109.4 Kilogramm für the Del Boy, the King of the Ring, Derek Chisora. Meine Damen und Herren, das offizielle Kampf, Gewicht des Weltmeisters für den WBC-WM-Kampf über 12 Stunden, morgen in der Olympiahalle in München, 110.5 Kilogramm für den Weltmeister, Vitaly Kitschko, 110.5 Kilogramm. Derick, the Del Boy Chisora versus Dr. Iron Fist, Vitaly Hirschberg. Vitaly Hirschberg. Ja, das ist genau richtig. Klitschkoper kommt zwischen 2.45 Uhr und 2.00 Uhr.